Hallo, mein Name ist Peter. Ich bin zum ersten Mal hier in diesem wunderbaren Ort. Es ist ein kleines Familienunternehmen. Die Gastgeber sind sehr barmherzig. Man ist hier mitten in der Natur und spürt einige sehr viel an Energie, sehr positive Energie. Ich würde es sehr empfehlen, hier einige Nächte mal zu verbringen. Hier wird lokal gekocht, alles was in der Nähe wächst. Schmeckt wunderbar. Das ist das meiste aus dem eigenen Garten und wenn nicht vom eigenen Garten, dann von der Nachbarschaft. Die Mangofrüchte, die sind super gut. Ich habe sogar angefangen, die Mangoschalen zu essen, weil die so herrlich schmecken. Herzlich willkommen hier. Einfach mal vorbeikommen, testen und genießen.